so hallo heute bin ich in massa und mal schnell um 18 uhr noch mal hier auf den berg hochgefahren weiß nicht wie der heißt muss ich mal später gucken auf jeden fall bin ich unterwegs auf den west coast trails und fahre jetzt mal den blauen hollywood hier sind noch mehr habe ich gerade gesehen chatel heißt hier einer roter den werde ich dann morgen höchstwahrscheinlich testen nur solange es hell ist möchte ich jetzt noch ein video aufnehmen und morgen teste ich dann den chatel dann ist da hinten noch einer dann ist da noch einer schwarzer der auf dem anderen seite darüber führt und auf dem anderen berg da drüben gibt es glaube ich noch mehr das ist wie so ein kleiner bike park oder sowas wo ich es auf jeden fall mal austesten möchte was was hier sache ist es sieht ganz geil aus weil das sind gebaute trails das ist nicht einfach ein wanderweg oder sowas okay da mich schon die vier jetzt erstrechen werde ich mal gucken dass ich langsam loslege also ich mir jetzt die dinge an und fahre dann sofort los also auf geht's hollywood ich kenne das hier noch alles gar nicht das ist aber so ein bisschen die finale ligure ich glaube hinten habe ich einen platten jetzt kann das sein ne doch nicht das hat sich gerade so fluffig angefühlt dann ist es doch das fahre cool ich hoffe die gopro a aufnahme nicht zu verwackelt sein weil es ist doch schon arg dunkel hier hollywood ja da bin ich immer noch drauf irgendwie habe ich es geschafft drauf zu bleiben krass hollywood ja schön noch was geschildert sauber das macht irre spaß viel geiler als in levanto na gut das sind doch die offiziellen trails aber hier sind ja auch noch sauviele trails die zum entdecken da sind ob da die woche reicht fraglich ist das gar nicht das ist das der uno aber das ist cool das ist ja geil hier hollywood ja ob das der hollywood ist oder der uno ich weiß es nicht auf jeden fall macht es trotzdem spaß weiter gehts auch wenn sie es ist es aber nicht so gut geiler ausblick hier ich bin begeistert das war der hollywood oder numero uno egal auf jeden fall war es ein geiler trail und jetzt geht es nach hause und morgen geht es weiter